oi 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 wir sind wieder zurück ins cave obwohl ich nur esken will ich hoffe ich krieg ne andere waffe ich brauch ne andere waffe dringendst ich will die armbrust ich hab ne armbrust gesehen ich will auch ne shotgun obwohl die wahrscheinlich nicht gegen gefliegen viel ausrichten wird ok das leben brauchen wir im moment nicht und hier geht es wieder woanders hin wo führst du mich hin auf jeden fall ein komisches spiel unreal errungenschaft freigeschalten ja das spiel läuft auf der unreal engine ok hier demons vernichten nein ich erinnert mich auf jeden fall auf einen doom level da gab es so ein trainingslevel das lügt so ähnlich aufzuschießen bro das ist einfach die hupftaste besser ausnutzen wie es ausschaut ich weiss nicht ob es headshot gibt es ich habe jeden fall gerade knackig an eine untere dodge nein ok es wird mich wahrscheinlich wieder wollen dass sie ihm geschickt das spiel ist komisch man einfach in andere räume so leicht reingehen kann ich dachte du bist gott und das ist die hölle und wir wollen themen vernichten ach nein das war's das ich bin das leben das ich brauche da fliegen wieder welche nein keine fliegenden alles außer fliegende alles außer fliegende ich stehe da ziemlich heftig ins mikrofon und das war hinter mir gerade ach das macht mich happy ich habe jetzt die luft geholt der war hinter mir einer noch vielleicht sollte ich zuerst starten zuerst ah du bist doch nicht EA Gott oder das Tor ist jetzt offen der Raum ist größer als erwartet bäh Feuer macht Schaden wirklich ok keine Stack dann gehen wir doch mal durch irgendein Tor ich würde wahrscheinlich das spiel ein bisschen einfach in deutsch spielen und dann ein bisschen in englisch ich weiß gar nicht ob ich das ganz durchspiele wenn die Levels ein bisschen besser werden als diese Dungeons die gerade da sind mit besseren Waffen vielleicht schon aber und was auch immer das gerade ist aber nur mit Sturmgewehr nicht meins nicht meins auch sie haben so viele andere Muni Sachen hergelegt also haben sie wahrscheinlich auf Replayability gehofft in ihrer 12 Stunden Kampagne so viele Story und Elemente haben wir ja auch noch nicht gesehen da ich ja in diesem Jahr schon ziemlich viele Indie gespielt habe mit The Rollman Angerfurt Metal Hellsinger was war noch dabei Trapank Rippout habe ich ein bisschen gezockt Rippout ist sehr ähnlich ehrlich hätte ich gesagt so ein weniger fast paced aber definitiv sehr ähnlich oh da lebt er noch Dank den fliegenden Typen wenn ich auf eins verzichten könnte in Doom waren es die Jumping Puzzles in diesem Spiel sind es die fliegenden Typen Sans die fliegenden Typen da schon wieder okay ach du ich glaube ich habe welche getroffen wenn er soll ich mal dodgen komm nein alles verfehlt schauen wir mal ob wir Leben finden ja finden wir oh boy das Leben wird nicht reichen wenig Gesundheit sagst du nicht ich war klar es war klar ah verdammt ich kann mir vorbeheben rennen eigentlich eigentlich kann mir überhaupt durch rennen Das Spiel kann mal super speedrunnen, ich seh's schon. Oh, rote Suppe, rote Suppe tödlich, also das ist rote Rübensuppe, die ist dann, das klingt davon tödlich, lebend, lebend, du schon wieder, du Drecksviech, gehen wir diesmal da rüber, mit der Versuch, das schaut nach einem, das ist der Rückweg, der Rückweg, das ist der Rückweg. Brauch ich noch nicht. Es ist weniger Verkehr hier. Brauch ich ihn. Brauch ich ihn. Mann. Thanks. Thanks. Bitte neue Waffe. Granate. Ist das eine Granate? Der Typ ist cool. Fast ein Screenshot wert. Ein Ring. Yay. Was heisst das? Kann ich jetzt was anderes einsetzen? Nein. Was macht ein Ring? Kann ich klären uns bitte? So das? Okay, ich hab mir ein Boost. Ich hab mir ein Boost. Ich hab mir ein Boost. Ist cool, ist cool, ist cool. Rotosuppe. Was ist bei Stolatrum? Nichts. Nimm ich hier runter. Rotosuppe. 1000 Fliegende in meinem Weg. Das schaut nach einem Ausgang aus, da drinnen. Ah. Das ist doch eine lange Recharge Time. Nein. Hm. Hm. Viel falsch gegessen. Schaden mir nicht. Ah, du. Bastard. Ach, gab der mir. Das Leben? Nein. Warum höre ich der Gegner hinter mir? Was ist das? Ich bin genauer. Oh Mann. Was ist das? Oh Gott. Und alles ist tot, natürlich. Patrix hat eine Rune aufgesammelt. Toll. Das brauche ich nicht gerade, denn das hätte ich früher gebraucht. Ich weiß gar nicht, welche Taste dieser Regen zum Einschalten war. Okay, jetzt brauche ich das Leben. Ähm. Ich glaube, 3 ist. Nein, 4 ist das, glaube ich. Waffe, bitte. Nein, Boost. Okay. Wo kommst du denn her? Was sind das für Zahlen geworden? Okay. Wo auch immer ich jetzt hinrenne. In der Tür. Schauen wir rein in die Tür. Vielleicht gibt es ja eine Waffe. Ah. Idiot. Nein, Fugine. Ah, shut up, dude. Was ist das für ein Kreis? Das macht es auf jeden Fall viel leichter. Oh. 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 Okay, wir sind in der grünen Zone jetzt. Dort habe ich die Ambos gesehen. Auf einen Screenshot. Mit ein bisschen Glück und Hoffnung. Glück und Hoffnung. Kriegen wir so ein Teil. Mit einer Armbrust. Schrei mit ihm da. Bälle. Ich glaube, ich habe hier eine schlechte Lage gebracht. Das stimmt. Eizige Januar Schirreie. Was für ein Verreis? Eine Waffe. Bisschen eine Waffe. Diese Drecksdinger. Das Spiel ist leicht anstrengend. Okay. Ist ein schöner Hinterhalt. Ist ein schöner Hinterhalt. Wenn mein Ring gereift gewesen wäre, das dann hopf ich nur rum wie ein Verrückter. Da muss ich sterben, fast. Echt jetzt? Ich wollte doch, dass ich sterbe. Es ist von überraschend, dass ich so lange ausgehalten habe. Ja, und was jetzt? Ah, damit. Mist. Ich lasse es. So viele von denen noch. Da. Mal Pause. Was für ein Drecksraum. Ich lebe da noch. Was für ein Drecksraum. Das ist ein Turret. Das ist ein Turret. Dammit. Ja cool, das ist cool, das ist cool, das ist cool Oh, new music, oh not, I am now in the mines I would gladly mind my own business Glad to get another weapon but I will probably just run around them and miss them all That was worthless, come on No, please not Ah dude like my magic Magic bitch Come on, just please Wipe it off Did I get him? Okay The hell are those noises? Das ist recht von Frosch-Sprache Das ist anscheinend mein Camp-Zahnhof Ich mach ne Pause Das ist cool, das ist ja Was cool ist So viele Wege die man rennen kann Ich schätze, das macht die Replayability so hoch Ich hab keinen Bock ab zum Replayen jetzt schon Oh 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 Goddammit Oh 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 Ich weiß, dass ich wenig Gesundheit habe, wenn ich zuerst will ich Leben finden, nur Spinnern und diese Typen da drüben, die ich nie treffe, die absolut das Letzte sind. Und wie macht mich das Spiel, es macht mich nicht so, ich fühle mich gut beim Spielen, wo bist du? Musik ist wieder weg, und da wäre Leben gewesen, natürlich. Sind die Typen da noch immer oben? Sogar nicht. Einer. Den treffe ich nur nicht. Ich bin ins Leben gelaufen. Ich brauche eine neue Waffe. Ich brauche eine neue Waffe. Ich brauche eine neue Waffe. Bitte, irgendwas interessantes. Das ist ein dritten Kopf-Boost. Brauche ich gerade nicht. Neue Waffe. Neue Waffe. Gibt es ja nicht, dass ich keine neuen Waffen finde. Das ist ein dritten Kopf-Boost. Das ist ein dritten Kopf. Das ist ein dritten Kopf-Boost. Gut gefunden. Gibt es ja nicht. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Wolle ich mir das Leben? Warum nicht? Es war ja kein Leben, das wäre ja der Boost. Nein, verdammt. Gehen wir gleich doppelt boosten. Hey, das war's wert, okay? Das war's ja natürlich wert. Das war's Kampf, da haben wir kurz rein. Nein. Da ist Leben, nein, ich muss mit. Wer ist das? Das ist doch postfett. Das war's. Das war's. Das hat mich auf die Wandtour angeschossen. Nicht cool, nicht cool. Was ist das für ein Typ? Oh, der kommt von hinten. Wo war das Leben? Da war's. Ah, verdammt. Oh, was bist du? Ohne ich für ne Waffe die ich nicht habe, volles Leben. Mehr Gegner zu ne Waffe? Ja. Nein. Nein. Ah. Mist. Die Augenbots. Fallout Augenbots sind meet. Boom. Ich weiß nicht warum meine Apogee-Coolen die ganze Zeit vor meiner Nase explodieren. Ohne. 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 Nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Ich komm über was da. Sackgasse. Okay. Ach komm schon. fliegender Gegner und fliegen noch immer nach hinein so langsam dann noch noch mehr fliegende dann wird ein Gesicht explodiert dann werden wir auch mal durchgepackt wenn man keinen normalen Gegner spawnen dann ist das ja kein Problem treffen dann eh nichts der ist fertig mit dem ok das sind die normalen Gegner ich denke wir haben die speed to run komm schon also neben wirklich und er trifft mich mit seinem letzten Kugeln geräusch gefällt mir gar nicht wipe it off Mist es gibt doch Parcours und ich fehle ich hasse Parcours ich hasse Parcours warum habe ich gerade Schaden genommen das gibt es ja nicht ich bin so schlecht im Parcours die Stacheln die Stacheln machen Schaden jetzt habe ich das gezahlt was macht der Typ da unten was macht der Typ da unten was macht der Typ da unten das wird mich anbringen das wird mich anbringen ok ich renne nochmal kurz zurück und schaue ob ich was übersehen habe wie das Leben hier was mir gerade gar nichts gebracht hat und da bin ich weggehopft ok nein danke über den Parc pehnten okay okay peace salt